Ja und ich würd auch ganz gerne Guffeln Weil Guffel holen ist eigentlich schon Gull Ich weiß auch nicht, warum ich so behindert rede Das macht ja nix Wir sind hier unter uns Naja, das kriegt keiner mit Falafelgöffelgullgullgulfelgaffel Falafelöffel Gullgullgullöffelöffel Gullöffelöffel Gullöffelöffelafelafel Hilfe Seid mal im Film Göffelöffelafelafelau Ruffelafelau Mark Ruffelau und Janine Geruffelau So, hast du jetzt deine Blunder? Ich hab ne Acid Plunder Warte, jetzt, was wollen wir denn noch? Ja, ich muss den Hund jetzt hier mal langsam Moment, 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 Moment Saugen, Saugen Saug den aus, weil wir Ich hab kein Schild mehr Mist, ich auch nicht, seh ich grade Der Schreiner repariert, by the way, das Schild Ah nice Ist also nicht mehr so unnötig wie früher Ich muss es fragen Denkst du noch über dein anderes selbst nach? Das, das du vernichtet hast? Ich mein, wir wissen ja, es gibt ja Tausende Richtofens Aber Es gibt ja auch den anderen Nikolai, ne? Und im dritten Halb besiegt man ja einen Durchgeknallten Nikolai Aber gibt's auch einen durchgeknallten Dempsey und so? Weiß es gar nicht Weiß ich nicht Wer gibt es dann? Achtung Okay Hast genommen Weil ich hab keine Energie gehabt Achso, fuck Ich wette, dein zwar voll Ich hab nicht drauf geachtet, ich bin einfach losgerannt Wie viele Zombies Oh, 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 oh Und jetzt könnte ich Energie gebrauchen Oh shit Hier drüben hin Ich hab nur 10 HP Ich bin RIP Ich bin RIP Ich bin RIP Nein, 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 ich kann nicht Lauf dich frei, ist alles voll Ich hab nichts, oh Gott Ich hab nur Schrei Schrei Er wollte gerade Schreiner sagen Wir haben zu lange getrödelt Garuffalafalafalo Wir wurden garuffalrippaloat Mann, warum kriegen wir den Typen da nicht durch die Wand? Das ist eigentlich super easy Das ist eigentlich schenkt Das ist super super easy Aber er hat sich gedacht Ach, Moment, warte, wenn ihr beiden spielt Nee, dann mach ich aber meinen Superangriff nicht Nee, dann hab ich keinen Bock auf Superangriff Superangriffe sind nur für Super People Und ihr seid super scheiße People Und deswegen kriegt ihr nichts von mir Ganz einfach Ja, warum ist das so? Ich bin Warden Ich glaub das sagen Ja, aber warum ist das so? Äh, ist das so? Ich weiß nicht, keine Ahnung, warum ist das so? Warum ist das so? Ich sogar floge mit der Schwaube Schwanz Der Stock Na gut, dann mach ich direkt bereit Ja, bereit ist er oder was? Ich muss da ran Ich muss da ran Ich muss die, ich muss die Kammer durchbrechen Die Kammer der Liebe Die Kammer der Liebe Die Kammer der Liebe Er will sie durchbrechen Mit seinem Geschlechtsteil Doch es ist zu schwächen Ich mach alles mit meinem Geschlechtsteil Einfach alles Alles Ich rühre meinen Pudding Ich schneid mir die Nägel Ich fahre aus Ich spitze vorne Die Spitze vorne geht so auf und zu wie so eine Nagelschere Die Spitze Die Strullerscharte Der Harnröhren Eingang Der aussieht wie ein kleines Vogelschneblein Ein kleiner Schnabel Ein kleiner Schnabel Sieht aus wie der Schnabel eines Pelikans Er sieht aus wie der Schnabel eines Zwergpinguins Sie fragen sich, warum ich ein verrückter Welteroberer geworden bin Nun meine Penisspitze sieht aus wie ein Pelikan Und Ich habe Wie kennt ihr das? Mit so einem Wasserbeutel Und drunter Unterm Lümmel ist doch so ein Hautbeutel Weißt du, als wäre der Der Hodensack, als würde der vorne beginnen Es gibt ja Menschen, die haben so eine Längere Penishaut Eine längere Röhre Und dann lappert das so ein bisschen über Es gibt extrem merkwürdige Penisse Wir wissen einfach zu viel über Penisse Am Ende geht es immer um Schwänze Geschichte des großen Penis Es ist 100 Jahre Penis Das Bilderbuchband von Kreis und Kistro Wird auch was tolles, oder? 100 Jahre Schlong 100 Jahre Schlongfalt Ein bildgewaltiges Buch Deine Bande sind entschnitten Kehre in die Finsternis Weißt du noch früher, wie wir da mit Geld gearbeitet haben Du schickst mir was, ich schick dir was Ach damals, ja Spitze an Spitze, Schlong an Schlong Wir müssen schnell den Strom anmachen Ich muss nur ein Messer, dann krieg ich die Tür auf Weum Ba 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 bounce It's open my friend Ich habe etwas völlig Neues entsehen Außer noch einmal, ich hätte Probleme mit Intimität Mit Intimität? Was? Ach nein, wir hätten wieder unser Kaugummi einsetzen sollen Nur nicht hier Ich vergesse immer diese Ist ja kein Kaugummi Saft Was ist denn mit dem Saft? Nur nicht hier Du brauchst keine Tür kaufen Da bin ich sofort weg Ich schlapper das Ding Und bin dann Wächter Velo Nein, keine Blunder Wo sind die kack Zombies? Keine Ahnung Hier ist irgendwie was los Oder wir machen Instakill an und gehen Catwalk jetzt ganz schnell Ja, ist wohl das Klügste Ding War kein normaler Wärter Ich glaube Er ist Bote Ne Messer, Messer, Messer Wir brauchen Geld, wir haben kein Geld Renn Renn, 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 renn Alcatraz Alcatraz Erhebe dich Erhebe dich Und kauf mir ein Husky Saft Oh, Instakill ist aus Ja, 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 ja Aber ich habe hier so was Gutes Das ist so gut wie ein Instakill Direkt voraus Kommt der Wächter? Ja, er ist hinter mir her Oh nein Nein, Kreis Ah, lauf doch! Haha, diese blöden Finger hier an der Wand Ich wollte mir eine Waffe kaufen gehen Was? Hast du überhaupt ein Formular? Ich habe ein Waffenformular EG-22 Oh, jetzt kommt der Aume Hast du einen Schein? Der zerstört die Kiste, das weißt du, ne? Ja, deswegen renne ich da schnell hin Da putzeln die Untoten Und meine Kilos Da putzeln die Untoten und meine Kilos Toll, jetzt habe ich eine SG-12 bekommen Oh nein, renn, zieh ihn weg Er darf die Kiste nicht zerstören Er macht sie schon kaputt Was? Oh Gott, das kostet glaube ich ein Vermögen Wenn man die Ent zerstören will Ja, 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 ja Ist sie zerstört? Ja, ja, er war auf jeden Fall sehr lange da in der Ecke Vielleicht hat er auch nur gewixt Vielleicht war es auch nur so ein Friendly Jerk Nein, oh 2000 Ja toll Wir kriegen keine Plunder Wir sollten uns vielleicht echt mal anschauen, wie man die Gratis-Plunder macht Ja Dann brauchen wir nämlich nur den Tomahawk machen und dann holen wir uns die Gratis-Plunder Aber kriegt die nur eine oder kriegen die beide? Ich habe einen kostbaren Schlüssel Ich weiß es nicht Komm schon, gib mir eine Plunder, no Ich habe zwei Shotguns Ich glaube Nein Gib mir eine Plunder Da ist noch eine drin Plunder, 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 Plunder Ne Nein Es ist no Plunder Na toll Liste weg Mach das Schicksal In der Hoffnung in uns nicht Bye Bye Das ist geil, das Bye Bye ist geil Das Bye Bye ist nice Der Bye Bye Man So ein dämlicher Name für einen Film Der Bye Bye Man Du darfst deinen Namen nicht sagen Wie heißt der denn? Bye Bye Man Wer kommt denn auf sowas Dummes? Sag mir seinen Namen, ich kann nicht Ich will sie doch nur beschützen Wie ist sein Name denn? Er ist der Bye Bye Man Wo ist die Kiste denn überhaupt hin? Weiß man doch nicht Hä? Normalerweise Müsst ihr doch sofort Komm Kann man nicht auch noch den Wasserturm irgendwie stürzen? Ja, irgendwie kann man den umschmeißen oder so glaube ich Nein Bye Bye Man Nein Level 24 Erzdomino's Minition Keine Sekunde zu früh Nun, wir müssen uns durchkaufen jetzt Wir müssen Schild machen Wir müssen Stromstufe 2 machen Wir sind schon wieder irgendwie weit weg von allem was gut und heilig ist Ups Ventage zu viel Runde 5 schon Jaja, den Hund müssen wir auch füttern Heute sind wir irgendwie total verstreut Achja Es gibt halt Tage, da muss man auch mal Niederlagen einstecken Es kann nicht jemand nach oben gehen Ich werde heute gewinnen Voll motiviert Der Bye Bye Man Der Bye Bye Man Mit seinem Bye Bye Wagen Ich fahr nen Bye Bye Wagen Was ist das? Oh Schreiner Glaubst du es wird eigentlich diesmal überhaupt nen Workshop geben? Weil es gibt ja diesmal keine Steam Plattform Weißt du was ich meine? Ja gut Der Workshop bei Dings Bei 3 Bei BO3 kam ja Nice Ich wurde getunnelt Mein Blut ist sehr wichtig Im Notfall Fähigkeit nutzen Aber hier sieht es gerade nicht so voll aus Du musst die Tür aufkaufen Ah Du musst die Erlösung dir verdienen Die Erlösung Das mit Brötchen musst du dir verdienen Ihr sagt immer so lustige Wörter wie Brötchen 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 Aber mit Wurst Und ich weiß wie sehr du strom hast Trinkst du gerne Milch? Mann Der ist richtig pisst Oh und sein Freund ist gestorben Wo ist er denn? Hier Er schlägt auf mich ein als wäre ich aus Gummi Oh nein wir haben kein Geld für die 2000 Dolores Tür Äh hast du Spezialfähigkeit? Äh ja ist voll bei dir Ja bei mir auch Lass liegen Lass liegen doch Naja Ach doch geschissen Kauf die Tür Bruder Schnell Damit wir Schiss machen können Beleidige mich nicht Und lennst du auch noch Bonus Was ertreißt du dir? Du darfst dich nicht Übergeben Warum? Warum ist der Zakeo schon wieder schlecht? Guck mal der ist schon direkt der Nächster Oh ich glaub er zerlegt Nee warte warte Lass ihn Lass ihn zu mir Ich will nicht dass er die Kiste zerlegt Nein ich bin Ich bin ripped Oh ich hab's geschafft Ich hab überlebt Schieß auf ihn ein Warum ist er denn am Boden? Ich hab ihn irgendwie auf die Knie gezwungen Ich hab gesagt lutschen mein Freund Lutschen Fücken und beglücken Stirbt er denn nicht? Eioi Eioi Heute sind wir echt verflucht Alter heute ist Fluchtag Der Halloween flucht Halloween rückt näher Die Gegner werden stärker Ich krieg nur Shotguns Ich krieg nur Shotguns Nur Shotguns Komm schon komm schon Plunder plunder Ja aber ich krieg nur schlechte Shotguns Ja aber ich krieg nur schlechte Shotguns Ne alter Sniper Ja ist ja fast ne Ist ja fast ne Plunder Ist jetzt auch nix anderes mehr Halbe Plunder Moment saugen Wir brauchen doch hier Seelenessenz Lutsch die mal mein Sohn Moment nicht lutschen Das war der Letzte Oh Wir müssen nämlich jetzt Hunde füttern Komm mit Ach müssen wir auch noch Ja Wir brauchen nämlich das Runde sieben Tumorhawk Das Tumorhawk Brauchen wir Das Tumorhawk Alter Du hast doch schon x mal den Wächter hier Aus der Reserve gelockt Durch deine provokante Art Wie provozieren wir ihn, dass er hier einmal die Tür einhämmert? Keine Ahnung Er muss seinen Blitzangriff machen Vielleicht macht er den erst ab Runde so und so Weiß man ja nicht Nee Weil es gibt Guides wie du den irgendwie Ab Runde Null Besiegst und so ein Quatsch Na hier sind wir falsch Wir müssen hier durch Haben ja kein Geld Wir haben ja Wir haben ja nix Wir haben ja nix Heute ist der Tag Nicht töten Nicht töten zu viel Weil wir brauchen noch ein bisschen Matt Damon brauchen wir hier oben auch noch Futter Futter für die Dogs, Alter Schnausen vor der Schlausen Damit der Dog gar zufrieden ist Der Doggy Der Doggy Der Doggy Der Doggy Der Doggy Weißt du hast ja auch immer vergessen Uns Perks zu holen Ja ja Vergiss nicht Wir haben immer noch diese Dieses Kaugummi Ah ne du hast es ja nicht Dieses nur nicht hier Das darf ich nicht vergessen Wenn ich mal wieder in der Klemme stecke Dahinten ist Munition Warte noch Wir warten Yo Leckerli Ne Ich hol's Oh Ich werd hier Berammelt Is Hund Is Der lebt ja noch Der eine Ist ja mehr als frisch Er mit der Blunder verdient man kein Geld Guck mal Ist Ja Jetzt will er noch einen Ich werde ein will er noch Ein Letzten Ein will er noch Und die Runde ist quasi vorbei Ne das ist schon wieder ne neue Runde Ja ja sag ich ja Ich glaub den saugt er schon da hinten Ja ja Der saugt schon ab der ersten Da müssen wir direkt zum nächsten Und Ja Ja Kommt er hier durch Ja 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 Hier lass uns direkt zum 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 Höh Alter Boah der 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 hat mich nicht angegriffen Im Gegenteil hat mir ein kleines erfrischendes Tüchlein in die Hand gedrückt Und so ein Minzplätzchen Oh das war aber nett Das war aber nett Alter zweitausend Doku man Ich musste meine Fähigkeit anmachen Oh ich hab aus Versehen ne Gasgranate an dich dran geheftet Doppelte Punkte Der Dogen Der Dogen Der Dogen Wenn ich verrückt wäre und Japaner Und wenn ich verrückt wäre und Japaner Alter wie ich hier wieder in die Ecke gemett wurstet wurde Und wie geht's dem Hund Ich mach ich hier ganz kurz die Plunder Das geht ja super schnell Obwohl kommt jetzt ne Hunderunde Dann wärs noch schneller Wahrscheinlich Ich hau die mal rein Kannst du zu mir eigentlich jetzt rein? Der riecht offenbar böse Takeo Ich glaub das zeigt nur an Oh ok das zeigt nur den Radius an ne Den Seelenradius Der Seelenradius Dann bist du draußen ich drin Der Seelenradius Ey die SG12 ist schon ne geile Waffe Oh 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 Mein Seelenradius brennt Oh 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 Zwei Schädel brennen Noch ein ganz kleines bisschen Seele Ist der Hund voll? Ja Guck mal da können wir direkt den Run kombinieren Nimm die auf jeden Fall hier mit rein Töte sie nicht draußen Jaja Was ist wenn du jetzt deine da rein schiebst? Anni du hast ja keine ne? Ich hab keine Ah shit ich dachte du hättest auch eine War letzte Runde mein Freund Du kannst töten Meine Nase kitzelt Ok ok am Leben lassen Ah shit Sie glüht Oh Wunderschöne Geil Wolltest du nur mal angucken So rennen wir los Edward Ich fürchte Hätten schon zwei Fässer haben können Er steht da Ich hab sie Ich hab sie Du brauchst nur einmal kurz dran dippen Ich hab sie gelöscht mit meinem Schlong Ist das denn gar nichts wert? Ich glaub ich hab vorne aufgekauft Aber die Magma braucht man glaub ich für das Easter Egg ne? Äh Ich weiß nicht ob die zwingend notwendig ist Aber sie schadet schon mal nicht dem Easter Egg Die macht auf jeden Fall vieles leichter ne? Aber nicht deine Mom Ne die bleibt immer schwer Boah Alter wie viele Zombies kommen denn hier aus dem Busch? Mediziner sagen deine Mom ist wahrscheinlich auch nach ihrem Tod noch sehr schwer Nein, nein! Nein die Plante ist abgekühlt Nein sie ist wieder bei null Ja! Oh nein! Weil ich eingeengt wurde Das gibt's nicht Jetzt muss ich hier erstmal durch Ich bin ripped Nur nicht hier Ich bin verschwunden Cool Cool Wow Funktioniert ja wirklich Das Ding ist ja ein Lebensretter Ich muss wieder zurück und Seelen in meine Plunder reinplandern Okay man muss es am Ende machen Ich wusste nicht dass wenn man irgendwas einsetzt, dass sie sofort entschärft ist Sind alle bei dir ne? Ja Ist viel los? Schaffst du das? Du hast noch deine Fähigkeit oder? Ja ja noch Oh oh Ich bin nämlich jetzt schon wieder Ja Zellentrakt Wow Alter wie viele hier rumstehen Fähigkeit eingesetzt Ne noch nicht Ja immer schön sparen das Ding Immer schön sparen Ich geh jetzt Catwalk wieder rauf zurück Ja Ja Bei mir ist nämlich gar nichts Eine sehr traurige Veranstaltung hier Ja die machen hier so ein bisschen Spawnerino und so Hätten wir den einen Wenn der einen überlebt hätte den Schuss Mann da hätten wir es schnell durch Plundern können So ist wieder drin im Ofen Schreiner Schreiner So ein Schreiner ist eine feine Sache So ich hab ein paar Seelen aber nicht genug Ein Schädel brennt Und Noch eine Seele Takaiyo was hast du getan Bist du noch da Takaiyo Bin da Oh ich musste nur kurz Den Ward besiegen Tja So wo bist du denn jetzt Ach dann Ich bin schon dabei das Ding wieder zu füllen Ich bin bei einem Schädel aber erst Tja ich Wie was ein Schädel füllt Ich hab die schon wieder im Kamin Ich hab die Plunder schon wieder im Kamin Ich mach jetzt nochmal voll Ich hoffe Hunde geben Seelen Kommt jetzt Hunderunde? Es müsste eigentlich irgendwie eine Hunderunde mal wieder geben Geschafft Stabil wie ein feuchtes Tuch Geschafft Stabil wie ein feuchtes Tuch Ach du musst den jetzt nochmal neu füllen Ja 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 Ach du Kacke Ja Deswegen alle hier drin Alle hier drin töten Jo die geben Seelen Da sammeln die Souls Und Hundeseelen sind glaube ich mehr wert als Zombieselen Jo das Ding brennt Lass einen am Leben Was ist denn jetzt? Alle Hunde sind schon längst tot Bei ihm liegt hier Bei dir liegt die Munition Okay warte dann lass ich die Plunder gut hier drin Noch oder? Achso meinst du es ja Ich kann es ja nicht wechseln gar nichts Ne ne Dann lass sie lieber noch schmoren Wir versuchen es hier Kapituloren Lass sie noch schmoren Schönes Ding Sieht schön aus Ja Schon geil Ist schon ein geiles Teil Oh sie ist verschwunden Sie ist gedespawnt Ich hab sie verloren Ne echt jetzt? Ja Ohne Witz Ja Oh nein Oh mein Gott Ich dachte wir haben kurz Zeit Und müssen nicht rausfischen Jetzt wissen wir es besser Oh das ist ja heute Also heute ist Krebs Der offizielle Cancer Day Ist heute Welt Cancer Day? Keine Ahnung World Cancer Day? Ist heute WCD? Jetzt hab ich keine Plunder mehr Das gibt es nicht Machen wir denn heute so ein Pech? Ich wusste nicht Wusste ich nicht Ja wusste ich auch nicht Was? Ich hab jetzt nur eine Waffe Ich muss erstmal eine Waffe holen Er ist hier einfach gedespawnt Oh ein Schussverkauf Der kommt doch gerade recht Mach den Schuppen leer Lunds da rein Fisch alles raus was geht Keine Blunder Eine Blunder? Ne ne keine keine Ich würd schon sagen Hat er jetzt wieder eine Blunder gezogen Komm schon gib mir doch was Oh 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 Ja Das ist schon ne Mischlingsrunde Machst du nen Punch? Ja Schaffst du das dann? Keine Ahnung Wird schon irgendwie gehen Warden schon wieder da oder was? Wann ist er mal nicht da? Leck mich doch Warden Leck mich doch Warden What? Alter wie sie mich hier wieder in die Ecke drängen Und sagen riech dran Smell on it Bro Ich bin hier Immer diese Riech an meinen Finger spielen Wo war denn eigentlich die Truhe? Na toll Na toll Wo bist du oben auf dem Dach ne? Ja ja Da kommt ne Armada runter Junge Ja ich halt durch Da kommen sie Alter da ist die Blunder weg alles Mann das mit der Blunder tut richtig weh Unnöflich Aber die SG 12 ist immer noch gut Die SG 12 scheint auch ne Waffen äh Kisten exklusiv zu sein ne Die ist immer noch mega gut Was ist denn mit dem da? Er langt mir voll an die Eier Er langt mir richtig an die Eier Wo ist denn die Wo zum Geier ist die Truhe? Wo ist die? Irgendwo da hinten Chamundo Wer ist Chamundo? Chamundo? Chamundo Vagabundo, Hamundo Vagabundo, Vagabundo Ist die Truhe oben auf dem Dach? Ne da gibt es ja keine ne? Ne Ist sie irgendwo unten? In den Deep Crowns? Ah beim Hafen Beim Hafen ist sie Im Hafen haben wir doch getot Stimmt Ich bin heute irgendwie total verwirrt und durch Also Liebe Kinder heute Startgebiet Hund haben wir auch nicht Was ist denn heute los? Ich bin heute irgendwie Ich hab heute irgendwie Gehirndurchfall oder sowas Wir haben gar nichts Wir haben keine Plante Wir haben keinen Tomahawk Mein Schild ist auch fast kaputt Schon wieder Warden oder was? What? Ein Hund ist direkt vor mir gespawnt Hat mich gegen die Wand gedrückt Und mir die Hose runtergezogen Ja? Ich wusste gar nicht, dass die Animation im Spiel drin ist Hahahaha Wächter Was für eine erwartete und unangenehme Überraschung Alter Reingedash Geh doch auf die Knie Instadash Mein Schild ist fast kaputt Das ist kaputt Das ist kaputt Takaiyo 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 Mein Freund Takaiyo Hahahaha Einer Einer Na, na jetzt bin ich ripped Jetzt bin ich Nein, ich hab keinen Saft Ohhhh Keinen Saft Ich wollte einen Saft schlabbern, aber Ich hab Hab ich nicht mehr Ich bin unten an den Schnausens Hey, das ist Heute kriege ich nichts hin Nein Und jetzt Alter, der inspektiert das Schild Und erforscht seine Technologie Er steht davor und guckt sich das an Aha Okay Siehst du es? Hast du gesehen? Jaja Er hat es untersucht So eine Fähigkeit Es ist nicht voll Mir geht die Munition aus Scheiße Hier hinten ist eine Sackgasse Oh Gott, was will er jetzt von mir schon wieder Munition Warte, warte hier Warte, warte Was ist denn mit dem hier? Kein Ende Kein Ende Kein Ende, Mann Jetzt hab ich die SG12 weggegeben Hab die SG12 wiederbekommen Ja, ne Blunder Ich glaub's nicht Hä? Ach der Automat war kaputt Scheiße Es ist mit Blut und Eingeweiden zu sehen Lasst mich doch gehen Ich hab Kinder Bist du dabei? Da holst du Gondel grad Ich hol die Gondel Ich bin aber noch aufm Weg Tja Wunder 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 Ich wurde einfach geschändet an der Wand. Heute kann ich mich eigentlich zurücklegen und tot ins Auge blicken. Da sind irgendwelche Seelen gerade ins Wasser gesprungen oder so. Hast du das gesehen? Ich habe keine Ahnung, hier laufen Dinge, die mein Schulwissen übersteigen. Takeo, ich spüre, wie du mich wütend anschaust. Raus mit der Sprache. Bist du immer noch sauer, weil ich dich gezwungen habe, dein anderes Selbst zu töten? Du hast mich zu nichts gezwungen. Takeo, takeo, takeo! Da ist ein Nuke! Jetzt können wir sie auch nehmen. Kaboom! Ich würde einmal gerne punchen, wenigstens. Kannst fünfmal punchen, so viel Geld hast du. Hast du schon den Juice aus dem Kasten geholt? Ja, ja, klar. Ja, aber es fehlen immer noch Teile, wir haben immer noch nicht den Tomahawk. Ja, den Tomahawk könnten wir easy machen, wenn wir da unten alles verbinden. Aber jetzt Punch ist glaube ich auch wieder Selbstmord. What is going on? Wir brauchen die Blander. Nur nicht hier, nur nicht hier. Ich blute wieder aus. Ich war eingeengt. Wir haben mein Schild gerade kaputt gemacht. Wir haben mein Schild kaputt gemacht und wir haben meine Beyblades mitgenommen. Ohne gepanschte Waffe. Gar keine Chance. Ich habe nur eine Rotz-Standard-Blander. Oh, da kam ein Busfahrer. Alter, wie viele das sind. Nein, 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 nein. Nein, nein. Heute war... Jetzt lacht er uns aus. Jetzt lacht er uns aus. Hast du gehört, wie er gelacht hat? Ja, ja, ja. Ah, ha, 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 ha. Weißt du, richtig? Wie so ein... Wie so ein... Als wird so einer, der so... So Nikolaus, der so seinen Bauch festhält beim Lachen, weil der so wabbelt. Weißt du, so vor lauter Lachschmerzen. Das war eher so... Das war... Ich weiß auch nicht, was heute los war. Das war die... Die... Ja. Ja, war halt so, ne? Ja. Kann ich nichts machen. Morgen versuchen wir es wieder und dann... Ja. Ja, und dann das Übliche halt, ne? Tschüss. Bleh. 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 Bleh.